Hallo und willkommen an diesem wunderschönen Sonntag zu einer weiteren Folge Shakes the Fidget. Heute ist nämlich noch das Happy Birthday Event und heute werde ich auch die Gewinne auslosen von den Comics. Das machen wir aber während, zwischen, in der Mitte des Videos. Wir fangen erstmal an und gucken, was hier überhaupt abgeht. Und die letzten Mal, weiß ich nicht, die Kommentare, wenn ich es lese, denke ich mir, was ist denn los mit euch? Ich lese vermehrt in den Kommentaren, äh, das ist einfach schwänderisch, äh, pass doch mal auf die Pilze auf, äh, die haben großen Wert, bla bla bla. Leute, ich bekomme die umsonst. Ja, ich habe das letzte Mal ein wenig verschwendet, weil ich, ne, das Falsche ausgebaut habe. So, ich bekomme die trotzdem vom Playa gestellt. So, und deswegen verstehe ich dieses Rumgeheule nicht, dass wenn ich mal welche aus dem Fenster in dem Sinne werfe, um vielleicht mal was zu zeigen, was weiß ich, äh, verstehe ich einfach nicht. Klar, die haben Wert, allen drum und dran. Aber sobald die leer sind, bekomme ich neue. Warum soll ich dann hingehen und die Bibel scheuert sparen? Ich will euch ja was zeigen. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich hingehe und ein Video mache, weißt du, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt einfach mal sparsam umgehe. Wenn ich sagen wir, keine Ahnung, was weiß ich, das Minimum, dass ich für die Alu am Tag was ausgebe und die Dungeons auch nur, mach, äh, auch nicht mit Pilzen mache, sondern die Dungeons nur, sobald die Zeit abgelaufen ist, mache, ne. Wenn ich das alles ganz normal machen würde, als würde ich dafür bezahlen. Wisst ihr, wie dann ein Video sonntags aussehen würde? Moment, geh mal zurück. Ich tue mal so, als, äh, ne, so ungefähr. So, hallo, ich liebe und willkommen zu einer weiteren Folge Shacks and Fidget heute am Sonntag. Bin Level abgekommen. Wir haben ein paar neue Items. Ja, die Dungeons kann ich gerade nicht, kann nicht eins machen. Oh Mensch, haben wir nicht geschafft. Ja, Festungen kommen wir auch nicht weiter. Äh, steht im Moment so ein bisschen. Ja, die Pads können wir später auch noch machen. Und, das war's. Was soll ich denn sonst noch machen? Ich kann sonst nix mehr machen, weil ich kann euch ja sonst nix zeigen. Deswegen, dafür ist es ja gedacht. Das Ganze ist ja ein Placement. Product Placement. Und Playa möchte natürlich, dass ihr Spaß daran habt, dass ich euch irgendwas zeige. Und ich kann euch ja nix zeigen, wenn ich nix mache, ne. Deswegen, verschwende ich ein bisschen Pilze, um zum Beispiel irgendeinen Dungeon zu schaffen und euch da dann irgendwas zu zeigen, wie ich weiterkomme, wie ich vorankomme. Sonst ist es ja langweilig. Das müsst ihr halt auch bedenken, ne. Das soll ja auch irgendwo, ne. Ich will euch ja was zeigen. Sonst kann ich mir das Ganze auch sparen, theoretisch. So. Aber ich werde jetzt nicht die ganze Zeit rummeckern und rumheulen, ne. Mir ist es, mir ist es wie gesagt. Mir sind die Kommentare theoretisch egal. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. Und wer jetzt meint, immer noch rumzumeckern, das soll mir scheißegal sein. So. Frage ist nur, ob wir den hier kaputt kriegen. Ich glaube allerdings nicht. Nee, 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 kriege ich ihn nicht kaputt. Ich habe nämlich ein neues Dungeon. Die Pyramide habe ich nämlich endlich freigeschaltet. Und ich frage mich echt, was am Ende der Pyramide passieren wird. Weil in der normalen Pyramide kämpfen wir ja gegen uns selbst. Frage ist, kämpfen wir da auch nur gegen uns selbst? Oder vielleicht gegen irgendwas anderes? Das interessiert mich. Darauf bin ich echt mal gespannt. Vielleicht sind ja die letzten vier Bosse die Gegner. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich bin echt mal gespannt. Ich glaube allerdings, dass ich einfach nur gegen mich kämpfen werde. So. Wirbelsturm, Sandsturm. Die machen wir auch noch kaputt. Jetzt. Komm, den hab ich. Ich bin noch nicht ganz voll ausgerüstet. Ich habe nämlich ein paar Epics aus dem Shop rausgesucht. Die Mitstreiter habe ich ein wenig ausgerüstet. Und bei ein paar fehlen noch ein paar Steine. Okay, ich hatte nämlich keine Ressourcen mehr, um neue Steine zu suchen. Was haben wir denn bekommen? Was haben wir denn bekommen? Das haben wir bekommen, oder? Ne. Was haben wir denn gerade bekommen? Habe ich alle gekauft? Haben wir eine Erdbeere gekriegt? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas ist hier falsch. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Ach, da ist es. Da ist es. So, guck es dir an. So, da bringen uns sechs mehr. Das ist mir aber... Das ist... Viel. Würde ich gerne ins Blut schmeißen. Kann das unser Magier besser gebrauchen? Der kann das gebrauchen. Der kriegt das auch. Okay, das behalten wir auf jeden Fall über. So, die Frage war jetzt... Das könnte man theoretisch gebrauchen. So krass ist das Ding nur. Aber auch nicht. Oh, ich bin Level abgekommen. Die Frage ist nur. Was schmeißen wir jetzt als nächstes in die Toilette? Ich würde sagen, wir schmeißen einfach mal die Waffe in die Toilette. Und gucken, was wir dabei rauskriegen. Was für ein Krieger. Das hatte ich mir auch erhofft. Wow. Ne, dafür sammle ich jetzt nicht extra einen Stein. Das spare ich mir lieber. So, aber apropos Steine. Ich brauche welche. Das ist schon mal gut. Geschick brauchen wir. Stärke eigentlich nicht so. Ich brauche einen Intelligenz-Stein oder schwarzen Steinen. Ich habe den ersten schwarzen Stein gezogen. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih die Waffe. Komm, zack, renn damit. Bam! Ich hab den ersten schwarzen Edelsteig und so. Hihi! Ich bin ein Vollidiot. Ich hätte das Ding in die reinpacken können. Oh nein, der war doch besser. Der starb auch heute in den schwarzen Edelsteig. Ich hab die da reingepackt. Hihi! Hihi! Ja. So ist das halt. Wenn man ein bisschen dämlich ist, ein wenig verplant ist, dann passiert das mal. Scheiße. Egal. Sollen sie von abhalten. So, die haben wir alle fast so gut wie ausgerüstet. So. Den Kampf ansehen, den Kampf hat stattgefunden. Den gucken wir uns dann anders an. Eh, eh. Zip, zip. Jetzt auch noch okay. Den behalten wir auch noch. So. Dungeons haben wir gemacht. Dungeons haben wir hier geguckt. Was geht hier ab? Bringt mir was kaputt. 283 sind wir. Bringt mir den kaputt. Hey, ich hab mir so hart schnädelt. Nein, du nicht. Oh. Jetzt habe ich kaputt gekriegt. Jetzt verlieren wir. Okay, wir brauchen ihn anders als Gegner. Wir machen mal ihn hier, den Kundschafter. Das sieht gut aus. Das war allerdings auch klappen. Machen wir mal den hier. Fuck. Frage aufgeschickt. Die Frage ist, boah, ich war hier ganz oben mit unterwegs, ne? Alter, da kommen wir jetzt ganz schnell. Die sind... Alter, hier sind wir krass vorangekommen. Das ist ein Viertel-Gilde. Okay. So. Hört meine Musik eigentlich noch? Ja. Ich nehme nämlich kein Headset auf gerade. So, wir ziehen noch weiter. Die Tierchen machen wir noch eben kurz. Zack. Und dann losen wir mal ganz kurz die Gewinne aus von dem Gewinnspiel. Da werde ich dann nur die Namen, die angegeben wurden, äh, erwähnen. Und dann kriegt ihr eine E-Mail in den nächsten Tagen. In der dann, äh, in der ihr dann, äh, äh, auf die E-Mail antworten müsst. Und dann halt eure, äh, Adresstaten zurückschicken müsst. Und dann kann ich nämlich hingehen und das weitergeben, dass ihr die Sachen bekommt. So, wir losen uns jetzt einmal kurz aus. Dann sind wir nämlich auch schon am Ende angekommen, weil ich nämlich jetzt langsam los muss. Ich muss nämlich noch weg. Äh, z-z-z-z. Übersicht. So, Gewinnspiele. Shakes and Fidget. Die Frage war, wie alt ist Shakes and Fidget geworden? Ich gucke einmal ganz kurz, ob jemand das verkackt hat, zu antworten. So. Und zwar, äh, haben... Ja, jeder hat es richtig beantwortet. 343 Leute haben am Gewinnspiel teilgenommen. und jeder hat geantwortet, dass Shakespeare 7 geworden ist. Wäre auch ein bisschen blöd gewesen, hätte wer anders geantwortet, weil es stand sogar im Videotitel. So, ich werde jetzt wie viele Gewinner, wie viele Gewinner, wie viele Gewinner, ich muss nochmal ganz kurz nachgucken, bevor ich heiße. Ich muss nämlich ganz kurz gucken, wie viele das ausgelöst werden müssten. Es waren nämlich, glaube ich, 5. Genau, 5 Stück. So, wie alt ist Shakespeare geworden? Ein Gewinner losen wir aus, den ersten. Das ist der Christian. Der Christian Aleite hat gewonnen. Das ist Punkt Nummer 1. Ich mache mal ganz kurz hier eine Liste, in der ich mir das speichere. So, das ist der erste. Zack, der Christian Aleite. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt drauf, so richtig aus. So, der zweite Gewinner ist Marvin Lorenz. So, hast du das zweite Comic gewonnen. Spaljean. So, der dritte Gewinner ist der Florian. Dann haben wir nur Florian als Namen angegeben. Zack. Zack, okay. Ich habe noch den richtigen Namen, da steht jemand bei. Der dritte Gewinner hat er Florian. Dann haben wir noch einen Markus Meyer, der hat jetzt auch gewonnen. Der ist der vierte. Du hast nämlich auch einen der Comics gewonnen. Viel Spaß damit. Und auch der... Moment. Müller, Florian Müller. Mensch, zwei Florian haben gewonnen. Zwei Florian. Ist aber nicht derselbe. Ich habe hier noch eine zweite E-Mail-Adresse. So. Leute. Ich wünsche euch viel Spaß. Christian, Marvin, Florian, Florian und Markus. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Comics. Und, äh, ja, wie gesagt, ihr kriegt ja am nächsten Tag eine E-Mail. Darauf müsst ihr antworten. Und, äh, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Shakespeare-Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein 9-Ton nach oben da. Shakespeare-Sie ist immer noch kostenlos. Noch ist das Wochenende heute noch mit den, äh, kompletten Events. Schaut vorbei. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns mal nächstes Mal wieder. Auch da drin. Bis dann. Tschüss.